Ich glaube, der hat auch so einen Stern, oder beziehungsweise so eine Seele. Ja. Okay. Jetzt müsste ich mal nochmal gucken. Oh, ich sehe schon, da sind so ein paar... ...von diesen Steinen. Gut. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal. So. Gut. Gut. Gut, wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht alle sammeln können. Bei den einen habe ich es leider verkackt. Wow. Also sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Würde ich jetzt so meinen. Hahaha. Sehr witzig. Hahaha. Oh. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Oh, die kommen gar nicht zurück. Oh, scheiße. Das ist ein Labyrinth. Na, super. Haha. Boah, kacke. Ja, toll. Sehr witzig. Ich wollte gerade sagen, wieso stirbt der nicht. Äh. Irgendwas... ...ist hier im Busch. Warte mal. Was ist das denn hier? Alter, was ist hier los? Was ist das? Alter. Okay. Hier ist auch eine Kiste. Oh. Okay. Hier geht's weiter. Hier komme ich nicht weiter. Aber wie bringe ich denn... Aua! Arschkeks. Nee. Die gehen sofort direkt kaputt. Ja gut. Ich glaube, hier komme ich gar nicht mehr weiter. Ich kann auch nirgends wo draufklettern, ne? Jetzt hier irgendwas? Was ich vielleicht übersehen habe? Und hier komme ich nicht hoch. Ah, warte. Da ist was. Glaube ich. Boah. Schön versteckt. Ich gucke nochmal, ob hier irgendwas ist. Oh. Scheiße. Oh nein. Ja gut. Dann habe ich eben halt den. Hey, aber wie komme ich denn? Den habe ich echt keine Möglichkeit, wie ich da drankomme. Zumindest wüsste ich das nicht. Ja gut. Bevor ich mich hier komplett verlaufe. Lass ich's lieber bleiben. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ich glaube, ich nehme das Schwert. Illusion Leoparden. Leoparden. Tazandra. Okay. Oh nein. Okay. Die hat ganz andere Moves drauf. Da, 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 da. Boah. Alter. Boah. Mädel. Komm mal, klar. Meine Fresse. Oh Gott. Ich erkenne gerade so richtig das Muster nicht. Okay. So. 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 Boah. Boah. Meine Fresse. Boah. Alter. Du Nervs-Mädel! Okay. Das klappt auf jeden Fall. Was? Was? Alter! War das Schatten-Doppelgänger? Ah, Scheiße! Gott! Ach du Scheiße, Mann! Die ist wesentlich schneller als beim letzten Mal. Boah, die trifft mich sofort. Oh, die Kacke kennen wir doch auch. Boah, jetzt weicht die ja noch aus. Boah, dein Ernst? Du, du hast sie jetzt. Okay. Puh, geschafft. Wie viele haben wir jetzt gesammelt? Hm, okay. Oh, das geht. Okay. Der Schatz des Entdeckers. Die neue Welt steckt voller Gefahren und Verlockungen. Wer seine Umgebung genauer erkundet und abgelegene Wege beschreitet, wird hin und wieder mit Schätzen belohnt. Wie viele Überraschungen sind wohl noch wo dort draußen ver... Was? Ach so. Wie viele Überraschungen sich wohl noch dort draußen verbergen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall abgeschlossen. Pferges Kuppe. Ah, ich glaube, das war die Schneelandschaft, ne? Hm. Okay. Aber wir gehen nochmal zurück in die Waddle-Dee-Stadt. So. Ich weiß nicht, ob es Leopold gut geht. Aber wir schauen erstmal, was König Dedede so treibt. Er chillt da erstmal seine Nuggets. Und ja, das triggert mich immer. Ich muss immer diese Münze mitnehmen. Ja. Ah, okay. Er sagt immer noch dasselbe. Hey, aber der grüßt zurück! Der ist doch korrekt, der Dude. Was? Irgendwas ist da? Ach so. Okay. Mit Meta Knight. Okay. Ja gut. Aber wir haben zum Beispiel auch den Code. Den hatten wir, glaube ich, auch eingelöst beim letzten Mal. Aber ja, ich glaube, ich nehme nochmal so eine Pulle. Das hat mir doch tatsächlich sehr geholfen. Ach ja. Und dann gleich erstmal noch was schmatzen. Au. Da lächst ich nieder. Ich glaube, ich nehme mal so eine richtig krasse Tomate. Und die fresse ich auch hier vor Ort. Nein, nicht mitnehmen. Ach, scheiße. Ja, egal. So. Okay. Kann ich denn hier was craften? Ah, verdammt. Ich bräuchte zwei von den Sternen. Schade. Warte mal, wie sieht's denn hier aus? Ah, verdammt. Da bräuchte ich auch drei. Kacke. Ich dachte, vielleicht hätte ich mehr Glück. Ja gut. Ich glaube, wir sind auch schon genug aufgerüstet. Toll, ein Schalter. Wollte ich schon mal immer haben. Ich gucke mal, ob sie hier vielleicht was getan hat. Kann ja auch sein. Aber nee. Ist alles okay. Ist alles beim Alten geblieben. Gut, ich flink fischen. So. Knacken wir den Rekord? Ah, verdammt. Weil zuerst verdienen wir da auch ein bisschen was. So. Ich glaube, hier gibt's erstmal nichts zu tun. Das sah gerade so aus. Das sah gerade so aus. Als hätte der Waddle dir einen fahren lassen. Der stand hier. Und ich bin so hinterher gelaufen. Und der hatte sich so komisch positioniert, dass da so ein Lüftchen rauskam. Sah sehr weird aus. So, und ihr spielt doch mal was Schönes. Oh. Ach, ist das schön. Und ich bin so... Okay, wir haben uns jetzt alles... Alles hier durchgecheckt. Jetzt geht's auf in die Bebwergesgruppe. Oh, das sieht jetzt schon total verschollen aus. Aber Tazandra ging tatsächlich. Das war gerade auch etwas überrascht. Oh. Okay, ich glaube, ich brauche den Maulwurf. Der kleine Maulwurf. Mein kleiner Maulwurf. Kleiner Maulwurf. Kleiner Maulwurf. Wie komme ich denn da durch? Bodenwelle? Was? Wie? Ah! Ah, jetzt verstehe ich. Ah, so ist es gemeint. Okay. Ich dachte erst mal, ich müsste mal da drunter kriechen. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das mit den Schätzen mache. Okay. Okay, hier ist jetzt mal nichts. Schnauze! So, hier ist, glaube ich, gar nichts mehr. Da? Hier vielleicht in den Mülleimer. Erst mal weggekickt. Ich finde das so süß mit dem Stift. Ah, hier ist auch noch was. Okay. Okay. Hä? Wie geht das nicht? Ob ich irgendwas übersehen? Warte mal. Geht weg. Geht weg. Hier kann ich nicht durch. Das heißt, ich muss erst mal so eine Bodenwelle machen. Die hält aber nicht lange. Oh Gott. Ich muss echt einen perfekten Kreis hinbekommen. Boah. Sobald du irgendwo gegen die Wand gletscht und so, dann war's das. Oh Gott. Nervt. Du auch. Oh, Maulwurf. Ist jemand, was aus dem Maulwurf geworden ist? Oh. Okay. Hier ist nichts. Okay. Oh, hier sind auch insgesamt 51 Stück. Oh, leckeres Baguette. Nein. Nein.